So es ist mittlerweile gerade Sonnenuntergang. Noch ist nicht Nacht, aber gleich. Ja, da drüben ist ein sentimentaler Wert. Hä, wieso mag er die nicht? Ja geil, ich hab die nicht mal. Eine dunkle Höhle. Doch, alles klar. Du hast sie nicht mal. Siehst du sie aber auf deiner Karte? Ja. Alter. Ich hab gedacht, das ist in dem selben Gebiet, aber das 1, 2 da drunter und Query ist end. Ich zeig's dir, wenn ich's nächstes Mal seh, zeig ich's dir. Wir meinen es nur 30 wird's nachts. Okay. Das... Ne. Und dann. Einstieg. Captain. Suchen Sie die Spieluhr. Oh, na klar. Kommt scheinbar von diesem Infizierten da drüben. Ja klar, was sonst? Vorsicht, Molly. Ja, noch wieder. Geh mal runter. Kostet schon. Echt wenig Platz hier. Ja. Hahaha! Oho! Tim! Bist immer noch nicht fertig. Oh ah ah! Wow! Waren so ein paar Runner dabei... Da kannst du ja mal gucken vielleicht, wennst du die hier drauf hin Ja, gleich Gar nicht mehr so... Florch dein Blödsinn, die Großen, ne? Guck, nur draufhauen, bisschen wegspringen, draufhauen Ja, ja, hier im Low-Level-Gebiet wieder Oh, hier hab ich schnell mit Dietrich hab ich hier ne Kiste Oh ja, gleich Du kannst doch das Ding mit einmal aufschalten, oder? Ja, ja, ich blut mir grad noch Der Safe hat nen Dietrich bei mir Ach, ist doch geil Hab ich auch noch nicht gesehen, ne? Naja, vor allem... Naja, egal Oh! 543, nicht schlecht Wie, 543, was? Ah, Kartoffeln, oder was? Na, Geld! Achso So Geld Ey, Kartoffeln kriegen wir ja nicht, weil du ja nicht auf Mo aufpassen wolltest Haha, ja man Äh, 329 hab ich aber nur gekriegt Aber wahrscheinlich das an deinem höheren Level Vor allem Mo, war das nicht der Bruder von Scott? Ja, eigentlich, ne? Da haben sich die Namen ein bisschen wiederholt Naja, aber will mir ja keiner erzählen, dass bei den Massen an NPCs Die Namen ausgegangen sind, oder doch? Also Angespielbar an NPCs Eigentlich, ja Ja Na, der Pfad, oder? Hätte ich gesagt, ja Oder eine Markierung hab ich da noch Achso, das ist ne alte Pfad, ne Wurfsperr, da brauchen wir nicht Ja Hier noch Ja Yeah Ultimate Fury Cricket Ja Nein Ich mag das nicht Äh, Herausforderung, Verfallsdatum, juhu Irgendeine Nacht, wenn wir, lass uns doch irgendwas jetzt noch irgendwo reingehen In der Nacht hier, GI, äh, oder so Ist doch nix mehr Fimms Meinst du, was wir noch da drüben haben, ist ne Nachmissionen Ernährer der vervielten Familie, aber die muss man glaube ich tagsüber annehmen Ja Achso Ja Lass doch schnell die Oma schon abgeben und dann Naja, können wir erstmal, können wir da unterwegs noch die, äh, Boomslieferung mitnehmen Booms, Boomslieferung, ja, das können wir Ja, Boomsgeschwindigkeit hier Parkour-Herausforderung Juhu Mopsgeschwindigkeit Juhu Nein, daneben juckt Juhu 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 Sagt er mir jetzt, wo ich die Jagd angefangen habe, wirst du? Freu mich nicht an, Kollege. Ein Scheuer hat mir vorhin gefallen, ey. Drei waren da. 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 Oh, Stress in der Nacht hier, Mann. Drei waren da. Drei waren da. Drei waren da. Drei waren da. Kann gar nicht sein, dann war man da in die Luft zu holen. Hallo, stimmst du bitte da? Ich möchte dich holen. Ich hab richtig viel Kohle dabei, ne? 62, 64. Kannst du mal aufhören, mich als Zombi-Block zu benutzen? Danke. Ja, Mann. So, meine Jagd ist vorbei, jetzt muss ich noch den Lut einsammeln. Mhm. Das trifft sie, wir müssen dann immer zum Bazar, glaub ich. Und nochmal Jagd. Ja. Ja, Mann. Ja. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, 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 oh. Okay, was ein Stress hier. Aber immer noch jagt zwei von vier, ne? Also irgendwie stärker ist das bei mir nicht. Oh, alle Waffen durchgenudelt. Oh, wieder einen neuen Satz neu aus. Oh, loot section. Geht er natürlich mit. Die Nacht wäre gleich rum, vier Uhr. Oh, okay. Echt? Ja, wir haben ja noch irgendwer schreit da rum. Ach so. Kann mich jemand hören? Na ja, ich hör's. Na, da. Nach osten. 55 Meter. Ja, komm, renn wir mal schnell hin. Mit der Ziege eben. Oh, hat er Pech gehabt. Muss warten, hier ist Loot. Was hab ich schon gelootet? Eben. Auszusehen. Ja, ich komm doch, Mann. Hast du schon mal Haus hochgeklettert von außen? Ich hab solche Schmerzen. Regenmäßig, du nicht? Ich weiß aber gar nicht, warum du da hochkletterst. Willst du nur das? Geh nur zu sehen, wie ich mich verwandle. Naja, sei ruhig. Komm, gib die Kohle her. Man kann sich verbissen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Komm, gib, gib, gib. Nimm das. Meine Frau wird mich um... Oh, aufputscht mit der Regeneration, ist ja geil. Pock. Pock tot. Da war er tot. Der Flüchter. Aber cool, dass hier auch noch ein Zombie rumliegt. Da hat er mit dem Zombie gekämpft und ist verletzt worden. Eigentlich geil. Schön detailliert auch. Hier ist ein, bei mir ist ein UV-Lamper. Achso, hier ist Schraubers hier. Ja. Ein Renntyp. Oh, ich bin voll mit UV. Ich muss das jetzt erstmal den Flüchter gut holen. Was ich, ob ich den da von einem Hochhaus zum anderen erschossen habe. Geil, super Scharfschütze. Ungewöhnlich. Naja. Einziger hat die Shady besser gefunden. Oh. Du brauchst es, wir haben es. Ist noch mittlerweile anspruchsvoll. Oh, die ist scheinbar wirklich viel wert. Die Spieluhr. Steht doch dran. 108. Direkt aus dem Nachschub. Einzigartiger Wertgegenstand. Das verkaufe ich nicht. Probier es auf jeden Fall der zu geben. Ist ja eher im Bazar. Wollen wir Richtung Bazar gehen? Oder was? Oh, ja. Okay. Guck mal, Markierungen drauf gemacht haben. Die siehst du, glaube ich, nicht. Ist ja nicht weit von da. Von da aus kommen wir dann schnell wieder in das hier Beat. Tom Pryor, da konntest du die Seilrutschen auch andersrum wieder hochgehen. Das war echt gut. Da musst du halt lernen. Ja, die musst du lernen, ja. Aber ich kann mir doch mal eine Kiste mitnehmen oder so. Oh, Kristallstatue. Statue E. Ja, warum geht der Strampon in den Lüsten? Jetzt. Ach, ja, cool. Eat Veggie. Ja, man. Auf Wiedersehen. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me, I exist to write my own story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory Don't want a life that is complacent or possibly boring I just want a life that is worth every day exploring My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. Vielen Dank.